Was? Nein! Ach, doch nicht so neu starten. Doch nicht so neu. Warum habe ich denn so ein Scheiß-Päsch in solchen Spielen? Das ist echt die Härte. Äh, so. Das ist schon die schnelle Variante. Oh. Ja, renn ruhig. Renn, 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 renn. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Wieso kann ich das jetzt nicht hacken? Finden Sie den Zugangstu... Achso. Mensch. Ich brauche erstmal den Zugangscode zu Raisins Büro, den habe ich ganz vergessen jetzt. Meinst du den Großen? Ja, das könnte sein. Zeig deine Fresse und ich mache es schnell. Hier gibt es keinen Weg raus für dich. Wasser weg. Dann hast du eine Chance. Hey! Wo sind die Jungs her? Soll ich beeilen? Ich bin gemacht. Hey! Hast du noch Kugeln, Arschloch? Ich habe noch Kugeln. Ich habe noch Kugeln. Der Fire. Wenn du dich wünschst. Okay, wir sind mit dem Kollegen. Du bist mit der inch baking entkommt. Yo, natürlich. Ich geb mir noch Kugeln. Ich bin mit dem Checkpad der Plante. Ich bin mit sogar Kugeln. Es geht nur ein besuch. DasOM-Kugelnste ist ... Das Gesetz ist die Albee. An ein bisschen aus, wo Хör und da zerstört ist, ो und, dass das nicht damit klingt. Weil dann einfach Kugeln rein. роз惯 em unsere Flanz... Ich muss auf was, dass der Große mir nicht entgegenkommt. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Wir brauchen hier noch zwei Jungs. Den Kach. Wer ist denn da? Wo ist der? Hä? Ich seh keinen. Oh, das ist die Große, das ist die Große. Ich bin tot, ich bin so tot. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, 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 nein. Ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Du hast dich heute mit dem Falschen angelegt. Wieso hängt man sich denn hier überall auf, ey? Das ist ja schlimm. Okay, ich hab ganz gut Leute ausgeschaltet. Aber es gibt wohl immer noch genug. Das ist der Typ, den ich brauche. Okay, ich hab den Typen gehackt. Jetzt kann's ja nur besser werden. Puh. Oh, wie ist der Große da jetzt nicht drin, ey. Okay, hier ist keiner. So, jetzt kennen wir ja alles. So, jetzt trägt man den dann noch. Ich hab die Piersfrau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer stellt er mir her? Hast du ihn geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl verreden fahren sollen. Du musst mir helfen. Oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht der Freund sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Sehr glück. Jetzt rennt er nach vorne. Und wir versuchen, ihn irgendwie zu erschießen, bevor er das tut. Ich glaube, das wird schief. Ich lasse dich nicht in Kopp. Warum hat ein Typ solche Leute bei sich? Komm, ich gehe da drauf. Das war so klar, dass er wegfährt. Oh, das Auto sieht nochmal aus. Allerdings habe ich dadurch gerade mega Zeit eingebüßt. Go, go, go. Okay, ich bin dann neben so an. Tu's doch. Wie soll ich den Typ mal ausschalten? Ich fahre in den Renn. Wahrscheinlich, wenn ich überhaupt nicht mehr auf der Straße bin. Das Arschloch will uns abhauen. Was, der springt jetzt draußen drüber? Boah. Und natürlich hat der Typ Freunde, wie auch jeder hier in diesem Spiel. Hat er fünf Trilliarden Freunde. Das wäre meine Chance gewesen, ihn zu eliminieren. Aber da war ich nicht da. Oh, der Typ geht auf den Kicks. Ja, oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja, wie viele Autos denn noch? Ich würde 300 holen. Ach, die Scheiße, ey. Sag mal, spiele ich das Spiel auf ultra schwer oder was? Ja, ich weiß, dass er in den Kopf ist. Ich hasse sowas. Kannst du hier einfach eine ganz normale Abknallmission sein. Ist das so schwer. Und mir ist auch eine Heckmission, aber noch keine. Diem ich hat eine Automission. Dave, ich habe eine Automission. Verdammt. Er ist weg. Jungs, das war, der ist weg. So, Flucht erfolgreich, jetzt muss ich nur noch drauf achten, dass ich den Typen da bekomme. Hä? Wie jetzt? Ich hab den nicht neutralisiert. Los! Hab ich grad mich selbst neutralisiert oder was? Oh mein Gott. Das war's, das kann ich jetzt abhauen, das war's dann. Ich habe die Mission verkackt. Dann warten wir mal, bis ich wieder davon erneut machen darf und dann geht es weiter. Ich werde mit der Mission echt nicht glücklich, muss ich sagen. Das ist irgendwie nicht mein Spiel, was die Mission angeht. Ich finde das Spiel zwar sehr schön, aber ich bin irgendwie für diese Mission nicht gemacht. Also auf Deutsch bin ich schlecht. Auto auf Abruf. Achso, mit dem Auto auf Abruf können Sie Ihren Smartphone. Okay, nochmal raus, nochmal den Typen ausschalten. Ah, tot. Haben wir's jetzt so? Ja, haben wir. Jetzt geh ich hier runter, jetzt wird mir gleich der Nächste entgegenkommen. Ne, diesmal ist es keinerlei. Hau mal, hau mal, hau mal. So, das Tor habe ich jetzt nicht geschafft. Und jetzt ruft er gleich seine ganzen Freunde an. Seine drei Quartriaten. Seine drei Quartriaten. Äh, hallo, bitten Sie endlich jemanden hier raus, okay? Das wird gemacht. Dreckt ihn ab, Leute! Ich stoße ihn von der Straße! Natürlich hat die das nicht neutralisiert. Obwohl neutralisieren da stand, hat die das nicht neutralisiert. Bremse deine Keile, macht gut! Okay. Na komm schon! Warum denn? Oh, das kann doch nicht sein! Wie lang braucht der Trottel denn, um auszusteigen aus einem scheiß Auto? Es ist doch echt die Härte. Oh, das ist... Ich tut mir leid, dass ich mich dann aufrege. Aber es ist echt nicht mehr schön, wenn man dann nicht so einen Fünfer macht. Vor allen Dingen, wenn man dann die drückischen macht, der Typ schon stehen bleibt, dann der Typ es einfach nicht schafft, aus dem Auto auszusteigen. So, jetzt habe ich den Typen zum Hüpfbaum. Tch! Ich möchte gerade wirklich nur noch weinen. Ich möchte einfach nur noch weinen. über die Nervigkeit dieser Mission. Jetzt warten wir, bis es ein zweites Mal explodiert. Komm, mach hin! So, wow! Diese zweite Explosion hätte man auch nicht ausstellen können. Nein, das muss ja noch eine zweite Explosion geben. Ich kriege mich jetzt alles auf. Ja, ich bin genervt. Jetzt werden wir das Auto einsteigen. Wir werden ihn nicht am Tor eliminieren können, weil er tausend Jahre braucht zu einsteigen. Kannst du losfahren. Nein! Egal. Was ist das denn jetzt? Ernsthaft? Ist das... Nein! Ernst? Wir haben es nicht mal durch das Tor geschafft, ey, ist das gut. Ich werde die Mission jetzt alleine weiterspielen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.